Schöne Grüße mal im Team Mittagsaktiv! Na, Leute, freut ihr euch schon auf das Live-Event? Haut ein Like rein für das Live-Event. Am Sonntag ist es soweit, würde mich mega freuen. Und bis dahin haben wir hier auf jeden Fall die spannenden Aufnahmen des Besuches, die ihr unbedingt einsammeln solltet, Leute. Dass dieses Paket betrifft auf jeden Fall Gotham City und Starry Suburbs. Ich zeige euch beide Locations. Und wenn ihr die anderen Locations sucht, oben rechts auf das i klicken oder unten in der Videobeschreibung. Starry Suburbs ist ja der ganz neue Laden bzw. Ort. Dort fallt ihr einmal runter und geht mal auf dieses Häuschen mit der Spitze hier drauf. Auf dieses Häuschen mit der Spitze geht ihr einmal drauf. Oben aufs Dach. Baut mal das Dach kaputt. Das ist der schnellste Weg, nur so nebenbei. Baut euch noch eine Etage runter. Und genau dieses Bett müsst ihr dann vorfinden. Und auf diesem Bett findet ihr die nächste Kassette, die ihr einsammeln könnt. Und somit euch schon mal eine weitere Aufnahme sichert. Und zu guter Letzt Gotham City, Leute. Ihr müsst in Gotham City runterfallen. Und geht dann zu diesem, hier am Wayne-Four-Gebäude vorbei. Vor dieses Kino Monarch, wo draufsteht. Und wo Final Reckoning draufsteht. Und genau vor dem Kino hier auf der Straße findet ihr die letzte Kassette. Von dem Besucher. Und einer mega krassen Story. Und vor allen Dingen einer Geschichte. Einer Fortnite-Geschichte, die ihr nicht verpassen solltet. Haut ein Like rein, wenn es euch auch nur ein bisschen geholfen hat, Leute. Und dann aber auch nicht.